Ruseflügel! Pass auf! Ist dir auch nichts passiert, Garton? Sag mal, was? Was soll ich dir verzeihen? Dass ich mich nicht mal so scheine, als würde kein Weg zurück in unser Ernst. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, dann wäre mein Leben leer und sinnlos gewesen. Durch dich hatte ich eine Aufgabe. Du hast mich glücklich. Bevor ich dich traf, war ich immer einsam. Ich war allein, hatte keine Freunde. Ich war hungrig, müde. Niemand half mir. Ich wollte schon aufgeben. Ich wollte nicht mehr leben. Da traf ich dich. Was auch kommen mag, wir stellen uns der Gefahr. Was ist mit dir? Und wenn es mal nicht weiter geht, dann bin ich der, der zu dir steht auf unserem Weg. Ich danke dir. Was auch kommen mag, sind wir füreinander da. Und wenn es mal nicht weiter geht, dann bin ich der, der zu dir steht auf unserem Weg. Gatumon, Freundlichkeit entsendet goldene Sicht. Pass gut auf Gatumon auf. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Vertrau mir. Du bist nicht allein. Wissart man. Wissart man. Wissart man. Nein, Wissart man. Beeilt euch. Werden wir es irgendwann wiedersehen? Ganz sicher. Bestimmt. Danke, Wissart man. Ich verspreche dir, dass ich das Leben, das du mir geschenkt hast, nicht vergeuden werde. Die Botschaft von Wissart man schwebte noch im Raum. Freundlichkeit entsendet goldenes Licht. Doch sie blieb rätselhaft. Was hatte sie zu bedeuten?